Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie dem Windows 10 Startmenü auch Webseiten hinzufügen können. Also, dass auf Klick direkt eine Webseite aufgerufen wird. Das Ganze funktioniert durchaus ähnlich, auch zum Beispiel unter Windows 8 oder Windows 8.1. Zuerst die D-Variante für die Nutzer, die den Microsoft Edge-Browser nutzen. Da können wir nämlich ganz einfach die entsprechende Webseite aufrufen, die wir dann nachher über das Startmenü starten wollen. Und dann klicken wir hier auf den Menü-Button und dann haben wir einfach diese Seite an Start anheften. Wollen Sie das Ganze anheften, wird nochmal die Bestätigung gebeten. So, und danach erscheint das Ganze hier. Schiebe ich das mal da hin. Schließen wir das hier mal wieder. Um das dann jetzt darüber künftig aufzurufen. Die Nutzer, die das ganz gerne mit einem anderen Web-Browser machen, zum Beispiel mit dem Standard-Web-Browser, da ist der Weg etwas anders. Das zeige ich jetzt hier am Beispiel von Firefox. Auch hier soll jetzt Google eingerichtet werden. Die Seite habe ich aufgerufen und dann gehe ich hier auf das Symbol neben der URL und ziehe das einfach mit gedrückter Maustaste auf den Desktop. Dann habe ich nämlich automatisch einen Link erstellt auf meinem Desktop, der in dem Fall den Firefox aufruft. Und damit dann am Ende Google.de. Dieser Link muss dann am Ende nur noch an die richtige Stelle kopiert werden. Dazu öffnen wir den Explorer und ich gebe hier oben in der, ich sag jetzt mal, URL-Zeile einfach shell.programs ein und lande dann direkt im richtigen Verzeichnis. Das ist Microsoft Windows Startmenü-Programme. So, da schieben wir den Link einfach rein. Und nachdem wir das erledigt haben, da haben wir das Ganze nämlich hier über unser Startmenü, können wir das Ganze einfach aufrufen. Jetzt Google natürlich aufrufen, also G. So, da ist mein Link. Rechte Maustaste, an Start anheften. Und schon erscheint das Ganze hier. Auch hier abschließend noch der Test. Also werde ich das hier schließen und direkt wieder aufrufen. Ist also ganz einfach. Okay. Sabate Maustaste. Wendert, liebe ich die Zitat? will du nieynen, SR. Und zweif. Aber sprN秘 viendo, Vielen Dank.